hallo ich bin der kevin und ich spiele heute mit chantal start auf die karte munition brauchen wo ist denn das jetzt hingehobt naja munition und da oben lol vielleicht sollten wir dann jetzt mal nur mit einem fahrzeug fahren wie sieht denn der tank hier aus der koffer ist voll dann nehme ich mal hier im tank raus also ich habe ein toolkit noch also der krankenwagen ist noch gut voll wir können das ist da habe ich sechs also spritt dann wird ein ranger noch mal mit der ist auch schon weil wir noch den ranger doch noch mit wenn wir jetzt munition haufen finden dann brauchen wir doch den kofferraum erst noch ja aber dann muss den muss ich aber reparieren wenn der qualm oder nicht besser wäre es glaube ich wir haben noch da noch andere fahrzeuge was so den dicken schlucker den innen der andere ist auch noch voll mit kofferraum man nehme ich auch noch mal einen tank mit hier ach so die sind noch voll so mal eine kleine repariere stunde jono das lustige ist er hat jetzt nur aufgehört zu qualmen das wird wieder lange fahrt ja dann mal gut dass ich einmal kurz nachgetankt wird es nicht im kofferraum geguckt aber ich glaube da war noch also du brauchst wenn er qualmen brauchst zu zwei toolkits um ihn komplett zu reparieren wolltest du wieder einen umweg fahren wie nä ich dachte ich hätte rechts vorbei gekommen aber ging es auch die rennen mir jedes mal vor die kackkarre weiß die vor allen dingen die rennen dir hinterher da wo fährst du denn hier lang siehst du doch warum mussten wir denn jetzt hier durch unser ganzes dorf fahren sollst du jetzt wieder hören das ist doch ein umweg bla 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 ja aber hätten wir da nicht direkt zur straße jetzt war es die kürzeste route verstehst du okay aber nicht die schnellste nee hey pass auf stein der fährt da doch rechts obwohl bei mir ein stein kommt herrlich ich habe schon wieder darauf gewartet dass meine karriette sonst wohin fliegt ich habe eigentlich auch nur gewartet dass du so richtig schön wieder so durch die luft fließt solchen probe musst du anhalten reiche noch ja dann könntest du ja aber nochmal ein paar solchen proben gönnen ich habe die doch letztes mal schon fünf oder so gemacht ja die habe ich bestimmt weggepackt leck 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 mhm scheiße ich habe besucht bist du jetzt woanders in gefahren nein nein ich bin nur hier ich komme ach so wir haben jetzt hier wieder drei positionen ja mhm ich mach mal die anderen was ist denn hier drin nimm du mal die ist das hier auch eine basis ja da kann man sich eine basis daraus machen zumindest früher ja guck mal an wie krass das ist nee jetzt geht's tja aber auch nur vier vier parkflächen das ist ja aber die panzerung mit den wänden da also vom aussehen her siehts cool aus ich habe hier nichts das ist gut großstumf brauchen wir das eigentlich ja ich nehme es erstmal mit wird Salz wir brauchen alles kannst du auch sonst immer mal die zettel die suchen die ist ja bestimmt munition ist der militärlager keine ahnung ich habe hier keine sachen zum durchsuchen wir brauchen munition ich balle erst mal mit meiner knarre drauf das sah so aus als wenn der dich direkt anspringen will dachte ich ich schieß mal munition sehr schön vorliegen die zelte zwei zelte das eine ist zu hier munition munitionsrucksack ja bring zum auto ich muss jetzt mal meinen rochstoffrucksack zum auto bringen ja da ist nicht klüger gewesen das auto hier in die mitte zu bringen wenn man hier in kommt als das abgestoßen ich kann nicht durch ein offenes fenster springen durch alles kannst du mal durch springen wasser es ist sehr offen dass er kein glaswasser springen kann und der muss sich die tür eintreten obwohl die seite offen das wasser schwachsinn das war ja jetzt schwachsinn und her wieder schöne luxusgegenstände aber das war es jetzt schon nee wir gucken noch weiter ich habe jetzt zum glück das innerhaus markiert der zelt hier oder nicht weiß ich nicht sieht so aus auf jeden fall gibt es hier noch waffen im frisor hallo munition so ein rucksack oder nur ein einfacher aber das ist ja auch hilfreich noch mal munition als muss ich an der ging noch zu stacken sehr schön ich finde hier die ganze zeit so ne komischen luxusgegenstände wo dann immer da steht äh gut zum handeln rohstoffrucksack ja da kriegst du halt nur diese ruhmspunkte für die du für jeden scheiß ausgeben kannst aber dadurch eh nicht wie du das machen kannst bringt dann auch nicht viel hast du noch platz irgendwie nur im auto ich habe hier noch ne ne fall sturm sturm wie wer war auch mit 76 kann ich das hier markieren aber weit weg das auto bist du mit auto hergekommen jetzt oder nicht ja steht ja nebenan hier ach so und da ist noch platz ja zwei slots glaube ich ne einer glaube ich noch ich weiß jetzt nicht einer wäre ja einer zu wenig da hast du denn noch hier schmerzmittel oder sowas die du stecken kannst da könnte aber drei stück stecken oder energy drink äh nein das ist ja jetzt doof ja sonst muss ich mein auto nochmal herrn das ist ziemlich schwer jo kannst mir ja schnell hinfahren wie im wahren leben ist er einfach zu voll zum latschen genau so so ist das jetzt rennst du ja doch dahin ja du hast ja abgelehnt ich hab nur gesagt wie im wahren leben ja wie im wahren leben da hättste direkt abbelehnt ne ne das mach ich nicht ne 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 ok keine zombies hier oh ein toolkit so nice hier ist auch noch ein gebäude wo da hab ich sogar vier container drin das wo wir direkt geparkt haben die lagerhalle da ja da guck ich jetzt auch nochmal nach hier ist ja auch tausend sachen gelb wieder wenn ich vier sachen hab hast du ja wahrscheinlich acht also ich bin eh schon komplett voll autofoll ich bin voll ich guck mal kurz ich hab jetzt nen kofferraum voll und hätte jetzt noch fünf slots frei beziehungsweise vier dann hast du schon einen ressourcenrucksack irgendwie nö oh juggernaut in der fabrik in der lagerhalle ne 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 der war außen das war doch ein stinky ach so da läuft er gerade der kommt doch nicht hinterher oder ne ne der ist noch da ne der ist noch da Waffe die Waffe hab ich schon mal Der verfolgt mich hier noch Da ist auch noch ein Freak Scheiße Oh Mann, ich bin am Arsch Der Juggernaut kommt da Ja Jetzt haust du ab, oder? Ja, klar Bin doch voll Ich hätte noch ein bisschen Platz, aber Dann lass mal abhauen Oh, steckt was Hilfe Hilfe Alter Wenn ich nicht so gute Bremsen hätte, ja Würde ich dir hier jedes Mal reinfahren Weil den links, weißt du, so easy Weg und er nimmt den komplizierten Navi Hier Und ich Willkommen nach Hause. Fängt gleich dann zurück. Und wie hat dich das gerade im Gefühl, dass du rechts abbiegst? Warum sagst du eigentlich die ganze Zeit nichts? Was soll ich denn sagen? Ich muss mich konzentrieren. Wie? Kannst du doch reden dabei? Nee. Wie nee? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Du musst dich konzentrieren. Du fährst doch bloß. Ja und? Dann fahre ich irgendwo gegen. Der ist halt, wenn du das mal machen würdest, wenn du ballern musst. Mit dem konzentrieren. Was so? Nee, da. Muss ich auch nehmen. Da kommt ein dicker Zombie, bumm. Er ist der Erste, der am Auto sitzt. Nee, so macht man das in der Apokalypse. Ja, ja. Immer schön abhauen. Alter, sind wir jetzt nicht hier. Ey, was machst du denn? Lässt mich nicht raus. Ja, sind wir hier nicht falsch? Hey, wo sind wir denn hier falsch? Weiß ich nicht. Nee, hier sind wir doch richtig. Hatte mir die Ohr noch fast überfahren hier. Nee, ich hab hier nichts. Ja. Muss ja nicht so viel. So, zack, 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 zack. Da mach ich hier gleich mal Munition, wenn ich die Dinger hab. Das kannst du tun. Way back from the cloud. Das Base ist looking good. It would be even better with access to water. Vor allen Dingen, wir hatten bestimmt noch Munitionsdinger im anderen Rucksack. Im anderen Rucksack? Äh, in den anderen Kofferraum. Guck doch noch. Nö. Guck doch nach, sagte er. Dann kriegst du halt auch keine Muni. Ich bekomm keine Muni, sagte er. So. Die Waffen hast du auch noch im Auto gelassen? Welche Waffen? In dem kleinen Flitzer. Wo du doch gesagt hast, oh, der hat ja wenigstens coole Waffen. Nö, die ist doch kaputt da, die Waffe. Die eine, ja. Äh, der ist doch leer, der Flitzer. Habe ich jetzt doch entleert. Krankenwagen ist leer. So, war denn das mit der Munition? War das hier gleich? Ja, ich glaube. Benzin, 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 Material, Benzin. Ja, weißt du schon mal Bescheid. Material, 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 Material. Wofür brauchen wir denn so viel Material? Für alle Bausachen. Und für Pfeiler. Zum Beispiel. Na, wann baust du nochmal gleich wieder was? Ich habe dir jetzt Zeit letztes Mal gebaut. So, dass wir hier irgendwie eine Werkstatt haben oder so? Eine Werkstatt haben wir doch schon längst. Na, und wo sind meine zwei Toolkits, die du mir versprochen hast? Ich habe die ja nicht versprochen. So, was brauchst du? Äh, ich brauche... ...9mm und die 7.62. Also 7.62, wenn da 40, 50 Schuss... ...weiß jetzt nicht, wie der stackt. 14, genau. Meinte ich. Meinte 14 Schuss. Ich kriege nie ein ganzes Magazin hier. Ich kriege immer nur ein paar Schuss. Ja, wenn du jetzt nochmal 14 bekommst, dann reicht das erstmal für die Sniper. 7.62, 9mm. Ja, also 7.62 reicht so auf jeden Fall erstmal. Das war ein bisschen wahr. Ich würde trotzdem gleich nochmal Munition suchen jetzt. Könnten wir auf jeden Fall machen, brauchen wir. Und dann in der nächsten Folge... Genau, in der nächsten Folge... Spitzel, bedanke dich. Ich bedanke mich, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.